So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir eine neue Kamera Halterung bekommen, die neue Universal 4. Die ist vom Aufbau her genau wie die Universal 3 und hat so ein Soap Pad wie die Cryptcore Halterung packen wir das Ganze mal aus. Diese wird auch in einer schönen Flüsterverpackung geliefert. So eine einfache, dichte Handy Halterung mit einem Soap Pad hier, dass man das hier auf dem Glas, also an der Winfield Table vom PKW befestigen kann. Einfach hier festdrehen, hebt den Bomben fest. Hier an dem Soap Pad die Klebefolie abziehen, dann einfach hier das Handy montieren, da und wo ist die Kamera, dass sie frei bleibt. Aufkleben, fertig. Dieses kann ich auch je nach Belieben verstellen, wie ich es brauche, je nachdem. Dann auch hier, dann in alle möglichen Richtungen das Ganze noch verbrechen. Also sehr universell. Somit kann ich jetzt im Auto auf jeden Fall zu meinen Bedürfnissen ohne Probleme anpassen. Zum Wegziehen dann einfach hier von der Seite ziehen. Geht auch sehr gut weg, aber da die Halterung sehr gut hält, ist etwas schwer weg. Und diese Halterung ist auch einsatzbar für sehr große Dinge, wie zum Beispiel für ein Galaxy Tab. Dann auch dieses hier drauf kleben. Geht genauso gut. Und auch dieses verstellen. Jetzt unbedingt am Auto so ein Tablet zu befestigen würde ich jetzt zwar nicht machen, aber da sieht man mal wie die Saugleichung von dieser Tripco Fläche ist. Auch sehr schwere Dinge würden sich hier befestigen lassen. Ich habe jetzt nicht getestet, wie sich das beim Autofahren verhält. Aber ich denke mal, wenn man irgendwo eine Pause macht und man möchte schnell ein Video oder irgendwas anschauen oder im Internet saufen, mit einem großen Tablet ist auch dieses möglich. Und der Saugrütter hält wirklich sehr gut und kriegt das Tablet sehr schwer weg. So, das neue, das kurze Unboxing Video zu der neuen Halterung Universal 4. Ich mache euch da unten jetzt in der Videobeschreibung den Link mit rein, wo ihr diese bestellen könnt. Und sage ich hier, dann geht's gut bauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.